herzlich willkommen zu einem neuen kraftwerk hast du schon mal von deborah gehört wir lesen von ihr in richter vier aber die israeliten tat wiederum was dem herrn missfiel und der herr verkaufte sie in die hand jabins des königs von kanaan der zu harzor herrschte und sein feldhauptmann war sisera und die israeliten schrien zum herrn denn er hatte 900 eiserne wagen und unterdrückte die israeliten mit gewalt 20 jahre zu der zeit war in israel die prophetin deborah richterin sie hatte ihren sitz unter der palme deborahs zwischen rama und betel auf dem gebirge ephraim und die israeliten kamen zu ihr hinauf zum richten und sie sandte und rief barack und sprach zu ihm hat dir nicht der herr der gott israels geboten geh hin und zieh auf den berg tabor und nimm 10.000 mann mit dir von den naftalitern und den simulonitern ich aber will sisera den feldhauptmann jabins zu der lenken an den bach kishon mit seinen wagen und mit seinem herr und will ihn in deine hände geben eine frau und dann noch als eigentliche sprecherin gottes damals ja das gab schon vor vielen vielen jahren die rolle der frau hatte gott schon immer sehr stark besetzt wir kommen hier in eine zeitphase zwischen dem tod von joshua dem führer israels und dem kommen des späteren richters samuel und diese zwischenzeit war geprägt von gottes ferne und von geistlicher verwirrung es heißt hier charakteristisch jeder tat was er für richtig hielt und damit merken wir das könnte auch in unserer zeit geschrieben sein in diesen schwierigen zeiten erweckte gott ganz oft nobody's anonyme helden die das volk zeitweise aus der unterdrückung der feinde befreien konnte immer wieder war es letztlich die sünde des volkes die sie hinein führte in diese unterdrückung letztlich öffneten sie mit ihrer sünde immer wieder die tür dass der feind zugriff auf das volk haben konnte hier lesen wir gab es einen feldhauptmann sysera der mit 900 eisernen wagen in israel eingebrochen war und sie 20 jahre unterjochte wir lesen aber auch es gab in rama eine prophetin ihr name war deborah das volk ging hin und ließ sich von ihr rat geben aber eines tages hat diese frau diesen blick der der auf den auf die unterdrückung hatte sie satt sie hätte ein wort von gott gehört und sie geht zu barack dem eigentlichen kämpfer und sagt sie mir hey ich soll dich erinnern gott hat gesagt es ist zeit aufzustehen es ist zeit gegen diese feinde anzugehen es ist zeit sie aus dem land zu werfen wert ein mann stell dich hin nehmt 10.000 leute und kämpfe doch der feldherr hat angst wenn wir das weiterlesen dann stellen wir fest dass er sagt nein ich gehe nur wenn du auch gehst und das ist spannend die frau musste mitgehen damit der mann genug mut hatte sie war für ihn die garantie dass gott auf seiner seite war und jetzt müssen wir uns die szene vorstellen da sind tausende tatsächlich gut gerüsteter kanonitische soldaten plus 900 kampf und kriegswagen und auf der anderen seite stehen die 10.000 bauern vielleicht mit einer mit einer holz forke in der hand und wir wissen schon wer der verlierer ist nämlich das volk aber gott spielt auf ihrer seite mit es kommt hagel es kommt regn es kommt sturm der fluss kommt über die ufer und das ganze tal wird in einen einzigen schlammigen morast verwandelt und die armee die gut gerüstete wie die eisernen wagen bleiben stecken der fliehende general wird am ende von einer frau namens jahel getötet die taucht nie vorher und auch nie nachher wieder auf eine nobody person die den eigentlichen sieg hervorbringt und deborah als der sieg klar ist stimmt ein lied an und es gibt dort eine textpassage die will ich dir ganz bewusst mitgeben heute da heißt es die gott lieben werden sein wie die sonne die aufgeht in ihrer pracht wenn du jemand bist der gott liebt dann wird das licht gottes in dir und durch dich scheinen auch du bist ein überwinder eine überwinderin auch mit dir ist der herr jesus keine macht der finsternis kann gegen deine gebete standhalten du darfst der schwierigkeit sagen ich komme im namen des herr jesus christus und er hat euch in meine hand gegeben auch heute wird gottes power gottes liebe gottes kraft durch dich strahlen wie die sonne und jede dunkelheit wird besiegt werden sei gesegnet vielen dank dass sie unser kanal besuchen es ist unser ziel ermutigung und freude am glauben weiterzugeben mit einer monatlichen spende von zehn euro helfen sie uns diese wertvolle arbeit weiter zu machen gemeinsam für gottes reich gott segne sie vielen Dank